Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Prüfende, zunächst an der Fakultät SLK, allerdings möglicherweise auch ist das Thema interessant für Studierende und Prüfende an unserer Schwesterfakultät, nämlich der Philosophischen Fakultät. Wie jetzt bekannt ist, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir eine einheitliche Regelung bezüglich der Durchführung von digitalen Prüfungen in diesem Semester gefunden haben und es ist ein wenig der Fall eingetreten, den ich befürchtete. Deswegen möchte ich heute Empfehlungen formulieren, wie man die gegenständlichen Prüfungen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen, realisieren kann in einem digitalen Setting und ich würde Ihnen ganz gern drei Varianten vorstellen und beginnen würde mit einer Information darüber, wie denn im Moment der Stand ist. Zunächst, wie Sie wissen, sind ONIX und Microsoft Forms in die Vorprüfung gegangen, um gegenständliche Prüfungen digital durchführen zu können. Vielleicht ganz kurz zu den jeweiligen Vorteilen des jeweiligen Tools. ONIX ist belastbar bis circa 300 Teilnehmerinnen und ist weitestgehend, so wie wir das wissen, datenschutzkonform. Darüber hinaus lässt es Multiple-Choice, Single-Choice und vor allen Dingen auch Formeleingaben für den Mat-NAT-Bereich zu. Auf der anderen Seite steht Microsoft Forms, das sehr übersichtlich ist, sich intuitiv bedienen lässt, eine niedrige Einstiegsschwelle hat damit, also das heißt für Sie als Prüferinnen sehr, sehr leicht zu bedienen ist und es ist belastbar mit Lasttest bis über 500 Teilnehmerinnen. Das wurde hier an der Technischen Universität getestet von dem Kollegen Eric Schob. Zu den Nachteilen jeweils, ONIX verlangt eine intensive Einarbeitung und ist ein sehr komplexes Programm, so dass ich nicht empfehlen kann, sich damit im laufenden Semester auseinanderzusetzen. Allerdings ist ONIX möglicherweise eine Option für gegenständliche Prüfungen im Wintersemester. Bei Microsoft Forms hingegen ist es so, dass es keine Empfehlung durch Datenschutz und Informationssicherheit gab und zwar bis auf Landesebene, also den Datenschutzbeauftragten des Landes. Aber auch hier ist noch nicht jede Messe gelesen, sondern möglicherweise steht auch das als Option noch einmal für das Wintersemester zur Verfügung. Was bleibt also? Ich hatte das schon angedeutet, wir können die Bordmittel von Opal benutzen und im Sommersemester Take-Home-Exims realisieren. Das ist eine Variante, die sich sehr einfach realisieren lässt und tatsächlich von jedem und jeder Prüfenden umzusetzen ist. Vor dem Hintergrund, dass immer noch das Primat für die digitalen Prüfungen gilt. Was ist an Take-Home-Exims besonders zu beachten? Zunächst, Take-Home-Exims sind kompetenzorientiert und sollten als solche, als offene Formate auch durchgeführt werden. Des Weiteren sind sie sogenannte Open-Book-Exims, also das heißt, dass die Studierenden alle Hilfsmittel verwenden dürfen, sollten, die ihnen zur Verfügung stehen. Entsprechend sollten auch die Aufgabenstellungen in einem Take-Home-Exam formuliert sein. Zum Dritten, was noch mit dazugehört, ist, dass auch für diese Take-Home-Exims die Regeln für gutes wissenschaftliches Arbeiten gelten. Das heißt, Plakiate sind genauso zu echten und zu sanktionieren, wie auch das Abschreiben oder die nicht zugesagte Kollaboration für eine solche Klausur, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, aber das wird schon gar nicht durch unsere aktuellen Prüfungsordnung abgedeckt. Wichtig ist, wenn Sie ein Take-Home-Exam entwerfen, dass Sie bitte komfortable Zeitfenster einplanen und zwar bei einer Bearbeitungszeit, das ist ungefähr das, was man geben kann. Sie sollten ungefähr das Vierfache an Zeit einrechnen und zwar für die Ausgabe, die Bearbeitung und die Abgabe der Arbeit. Also bei einer 90-Minuten-Klausur sollten Sie ungefähr 360 Minuten Zeit geben, also ein Zeitfenster von 360 Minuten definieren und Sie sollten sicherstellen, dass die Studierenden jederzeit mit Ihnen in Kontakt treten können, um Fragen zu stellen oder um technische Probleme zu besprechen. Hier hat sich an der TU Dresden der Messenger Matrix als sehr stabil und sicher erwiesen. Sie können aber natürlich daneben jede andere Variante auch nutzen. Ich würde Ihnen aber tatsächlich dazu raten, dass Sie so ein synchron zu gebrauchendes Tool, mit dem man schnell erreichbar ist, verwenden. Wer Alternativen nutzen will, kann auch zum Beispiel einen Chat-Baustein in das Web-CMS der TU Dresden einbauen oder die Forenkommunikation in Opal im Blick behalten. Das sind natürlich alles Alternativen, die gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen durch. Wichtig ist, dass sie erreichbar sind für die Studierenden während dieser Prüfungszeit oder während dieses Zeitfensters für das Take-Home-Exam. Mit Opal, genau, ein Take-Home-Exam. Sie haben eigentlich zwei Möglichkeiten, die Sie verwenden können. Und zwar ist es zum einen der Ablageordner, der in jedem Kurs angelegt sein soll. Oder Sie nutzen den Kursbaustein Aufgabe. Damit ist es möglich, dass man individualisiert die Klausuren ausgeben kann und auch den Studierenden die Möglichkeit gibt, sie individualisiert wieder zurückzugeben. Und das bedeutet schlussendlich, dass Sie sowohl auf die eine als auch die andere Art und Weise die Ausgabe via Opal vornehmen. Und die Studierenden laden aus Opal die Klausur und lösen Sie daheim. Die Lösung speichern Sie, das ist wichtig, weisen Sie Ihre Studierenden darauf hin als PDF und benennen Sie um, nämlich nach dem Muster Prüfungsleistung, Take-Home-Exam, dann Name des Studierenden oder der Studierenden dort PDF. Das heißt, dass wir dann entsprechende Dateinamen haben, um jetzt in einem weiteren Schritt die Prüfungsleistung schnell und sauber sortieren zu können. Dafür gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie die Prüfungen wieder abgegeben werden können. Zentral hier erstmal in dieser Lösung ist, dass die Studierenden sich mit ihrem ZIH-Login für die Prüfung oder nur mit dem ZIH-Login den Zugang zur Klausur bekommen. Sie sollten selber prüfen, ob diejenigen, die im Kurs TeilnehmerInnen sind, sich auch ordnungsgemäß für die Prüfung angemeldet haben. Das müssen Sie als Prüfende vornehmen, diese Kontrolle. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist möglich, diese Klausuren, also die Lösungen via E-Mail zurückzugeben. Und zwar senden die Studierenden dann die Lösung unter demselben Betreff, mit dem sie auch die Datei benannt haben, Prüfungsleistung, Take-Home-Exam, ihr Name. Zurück an die Prüferinnen. Das hat den großen Vorteil, dass wenn Sie mit Filterfunktionen und Ordnerfunktionen arbeiten können, dass Sie dann nach dem Betreff eine automatische Sortierung der E-Mails vornehmen und dann sehr schnell Ordnung in den abgegebenen Aufgaben haben. Wichtig ist, dass sich die Studierenden darauf hinweisen, dass sie ihre offizielle Uni-Mail-Adresse verwenden. Denn dann ist sichergestellt, dass sie auch unter dem ZIH-Login die Prüfung wieder einreichen, also die Prüfung wieder abgeben. Eine zweite Möglichkeit gibt es durch die Abgabe via OPAL. Hier ist es so, gehen wir erstmal den Ablageordner durch, dass Sie den Studierenden die Möglichkeit geben müssen, in ihren Ablageordner zentral für den Kurs ihre Klausur einzuspeisen. Das Ganze ist sehr fehleranfällig, sage ich Ihnen gleich warum, denn die Studierenden müssen ihre Klausur dann umbenennen. Wenn Sie das nicht getan haben, kann es sein, dass Sie, nehmen wir an, es gibt dann 57 Mal Klausur.pdf, dass Sie dann einzelne Klausuren und Leistungen von anderen überschreiben. Das soll natürlich nicht passieren. Da sollten Sie bitte unbedingt darauf achten, wenn Sie den Ablageordner, den zentralen Ablageordner nutzen. Im Kursbausteinaufgabe kann dies nicht passieren. Denn hier ist es so, dass der Ablageordner für jeden Studierenden personalisiert ist und Sie auch dann die Möglichkeit haben, über die Funktion Bewertung die Klausuren, die Lösungen einzusehen. Was wichtig ist, in beiden Fällen haben Sie zwei Möglichkeiten, die Zeitbegrenzung vorzunehmen. Also via E-Mail ist das ganz einfach. Das heißt, der Eingang der E-Mail entspricht dem Abgabedatum. Bei Opal ist es so, dass wenn Sie den zentralen Abgabeordner nutzen oder auch den Kursbausteinaufgabe, dass zeitlich dokumentiert wird, wann eine Lösung hochgeladen wurde. Das heißt, auch hier sehen Sie unmittelbar an der Dateibewegung, wann eine Datei verändert wurde. Und das Zweite, was Sie ebenfalls nutzen können, dass Sie den Kursbausteinaufgabe zeitlich begrenzt sichtbar machen. Das heißt, dass ab dem Aufblenden die Beginn-Arbeitszeit beginnt und dann schließen Sie entsprechend den Kursbaustein oder Sie schließen die Möglichkeit zum Upload von Dateien zu einer bestimmten Zeit und dann haben Sie das Ganze automatisiert. So oder so wählen Sie hier für sich die für Sie griffigste und am besten begehbare Variante. Ich würde keine Präferenz zwischen diesen drei Optionen ausmachen können. Mit der einen Ausnahme, dass die Nutzung des Ablageordners insofern ein wenig gefährlich ist, weil Sie dann darauf vertrauen müssen, dass die Studierenden tatsächlich ihre Klausuren umbenennen. Wenn Sie sich darauf nicht verlassen wollen, ich werde es zum Beispiel nicht tun, dann wählen Sie eine der anderen Varianten, nämlich die Abgabe via E-Mail oder die Abgabe über die offizielle E-Mail-Adresse der TU oder die Nutzung des Kursbausteins Aufgabe. Ja, das ist in Summe die Lage für das Sommersemester 2020, nämlich digitale Klausuren als Take-Home-Exim. Und noch einmal ganz kurz, Take-Home-Exim sind kompetenzorientiert, planen Sie bitte ausreichend große Zeitfenster ein und stellen Sie sicher, dass die Studierenden jederzeit mit Ihnen in Kontakt treten können. Ich hoffe, dass das für Sie eine Handreichung gewesen sein kann, mit der man die Klausuren im Sommersemester durchführen kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich mit Rückfragen an Ihr jeweiliges Studiendekanat oder den jeweiligen Berufungsausschuss richten. Und ich rechne damit, dass wir spätestens Ende nächster Woche belastbare Aussagen zu Onyx und Microsoft Forms haben. Richten Sie sich aber bitte schon mal jetzt darauf ein, dass es in der Regel auf Take-Home-Exims hinauslaufen wird. In diesem Sinne darf ich Ihnen schöne Pfingsten wünschen und bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.